Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Volk von Transistor wir wissen nicht mal hinter einem roten vor und werde jetzt mal versuchen zu finden was genau wie es passiert ist und wer mir überhaupt sind, schien wir mal als engerin ein riesen Star das sieht wie eine Bui oder wie eine Stoß das das alle aus welches vielleicht die, die wir letztes Mal abgestimmt ah da, jetzt geht's mal her ja, warte Untertitelung. BR 2018 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 I can't. I'm here. I'm over here. I'm over here. I'm still here. I'm sure if she's around. I'll what? I'll what? I'll nothing. I'm stuck. I'm stuck. Inside. 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 What is all this? There's nothing. Nothing. No. Wait. I'm okay. I think. I'm okay. I'm still here. So it could be worse. It could be worse. I'm done. 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 Let me. Let me. Let me just stop. I'm coming right. Hello? Let me. 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 Aufkommen durch Fußgänger und kleine Motorfahrzeuge, sollte die Geschäfte vor Ort kaum beeinflussen. Äh, auf Miros. Danke für Ihre Antwort. Es werden noch 6436 zusätzliche Unterschriften benötigt. Zusätzliche... Unterschriften. Ja, klar. Von Miros, whatever, wir sind verengstückt. Und... Ich glaube, dass mal was passiert ist. Hey. Ich bin da. Das ist gut. Hey. Look at you. You're alive. Ich bin nur zu angemeldet. Could you use your help? I know this looks bad. Ja, ich bin nur zu... ... angemeldet. Von was? Von seinem Körper? Also weil sein Geist jetzt in einem Schwerb drin ist, ist er von seinem Körper abgelöst. Hey. Say something already. Hey. Say something, will you? Hey. Oh no. Ich kann nicht hin. She's here. Look at who it is. Ja komm, verarbeitet, 98% Einstellung, sorgfältig. Racist. Aha. Ich weiss nicht, ob ich das will. Hello again, Sybil. You. Ähm, 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 ich weiss nicht, ob ich das gut finde, z.B. mal analysieren Ja, ich weiss, ähm, wo bist du? Wir machen einfach mal einen Angriff für dich, ausser Reichweite. Ah ja, das ist eine falsche Angriff, warte, B. Macht 100 Schaden, okay. Macht nochmal 100 Schaden. Ich kann nicht mehr. Wie wäre es mit? Einmal so kurz, so vor dir hin. Und dann einmal A. Die Meuchel. Und dann weiter wieder weg. Gut, Meuchel plus Combo. Nein, das war's. Damn. Tod. Und nochmal Tod. Und jetzt abhauen. Nein, 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 du willst doch gar nicht. Du bist doch die ganze Liebe. Du hast einen schönen Sonnenschirm. Ähm. Kann ich schon wieder einsetzen? Ich glaube schon. Ja, du, 200. Oder... Pfff. Nichts, was uns aufhalten kann. Aber jetzt zieht weg. Ich habe ein gewisses Gefühl, das Chaunt. Oder Chaunt? Chaunt. Ich weiß es nicht. Man spricht das Chaunt aus, glaube ich. Ja. Es braucht weniger. So. Und jetzt so. Von Sicherheit halber gehen wir mal nach Leuchtenstand. Und los. Toad. Toad. Und weg. Äh. 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 Ja, da sehe ich selber. Und dann mache ich jetzt. Wo soll ich sterben? Was soll ich das Gras, oder? Unterlasse die Verwendung von Turn an diese Meldungsdeaktiv. Ja. Also, ob ich da würde. Äh. Machen wir 800. Gehen wir nochmal auf Nachkampf? Ich weiß es schon. Okay. Äh. Ich habe euch doch anvisieren können. Ich weiss du etwas. Witz. So. Zack. Höh. Nein. Ich will eigentlich zu dir, oder vielleicht hinter dich. Hinter dich ist gut. Und dann auch mal so. Von hinten Meuchel. Und Kombo. Und. Meuchel. Und. Und wir kann ihn nicht. Egal. Da. Da. Da ist schon ziemlich gut. Oder sollte ich vielleicht auch. Hm. Ich könnte sie doch auch noch eine Weile für mich kämpfen. Und mal schau. Komm. Plus Kombo. Plus Immun. Plus Immun. Aha. Weil wir können sie nicht bekehren. Weil sie ist Boss. Ja. Ist fast klar gewesen. Ja. Ja. Hey. Aua. Ja. Go for it. Ich gebe jetzt ein Go for it. Dein Gesicht. Crash. Ok. Wir müssen nicht nachgehen. Machen wir es mal anders so. Da hin. Und. Da hin. Und dann. Meuchel. Äh. B. 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 Den hätten wir vielleicht auch schon vorhin machen sollen. Ich weiss ja nicht. Das ist noch so vermutlich. Gut. Tod. Und Tod. Und Tod. Jupp. Und again. Kann ich irgendwas machen? Oh wow. Super. Lassen wir die zwei doch zuerst mal für uns kämpfen. Nein. Nicht nur dich. Sondern beide. Und die Musik wird auch immer super an. Und dann. Machen wir mal. Ein Jaunt. Und Tod. Machen wir mal ein Jaunt. Oh wow. Können wir eigentlich von hier oder dann? Irgendwann nicht so. Machen wir mal ein. Das Park. Nein. Zurück. Dann gehen wir mal da hin. Dann tun die da hier auch noch für uns kämpfen. Und dann gehen wir da hin. Und machen so. Und machen so. Und das wäre es das nächste Mal. Schau mal ob das funktioniert. Ok, wahrscheinlich sehen wir das jetzt auch, ich weiß nicht wieso, aber ich werde das Spiel mal neu starten, wir sehen das gerade wieder.